So, meine Damen und Herren, unser Andi 20 und Andi, ja, insgesamt glaube ich, können wir sagen Andi 30, hat soeben just einen hervorragenden Hering gefangen. Ich zeige Ihnen einmal kurz. Andi, wie sieht es aus? Ja, wunderbar. Wir hatten gerade noch einen kleinen Schauer mit Regen und Hagel sogar. Ist ein bisschen aufgefrischt und seitdem jetzt aber die große Wolkenfront verschwunden ist, die Sonne wieder aufs Wasser scheint und uns erwärmt, kommt zurzeit Hering in dieser Größe raus. Das ist eigentlich recht wunderbar. Also, das ist die optimale Räuchergröße oder whatever, whatever, ever, ever. Nee, es ist wunderbar. Es macht jetzt auch wieder Spaß. Ja, und immer. Das, was ich noch mal zeigen wollte, ist, dass Silvia gefragt hat, ob ich das überkräftig Todi machen kann. Ja, die einzige Frage, die wir uns heute immer noch stellen, immer wieder, Purke, Purke, warum esse ich Gurke? Das ist, äh... So, nein, Spaß beiseite, meine Freunde. Das hier ist Kappeln. Kappeln, eine sehr schöne Stadt am Ufer des... Was ist denn das hier, Miss Simmi-Delta? Äh, Schlei-Delta. Schlei-Delta. Schlei-Delta... Das große Schlei-Delta-Riff. So. Die sind sichtlich, äh... L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l... Landwärts... Landwärts sind sie halt unterwegs, die großen. Die kleinen sind hier, und dann fuhren die große Schleimtdorchen-Landwärtssicht. Wie, gern! Nein? Du bist ein? Nein? Gerne!